Schöne Füße braucht ein Sofa. Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de. Hier habe ich ein Sofa von Tommy M. Piaf, heißt das, kommt aus der Baster-Säge, ist für den Kunden Lederland gemacht, in Leder, Majore. Und wie heißt die Farbe? Die Farbe heißt Cognac, zwei Meter groß ist das Sofa, ein klassisches Tommy M. Thomas Machalke Sofa. Das Leder ist hier immer natürlich das Besondere. Majore ist ein fast gegärtes Anilin-Leder mit einer heißen Ölung als Oberflächenschutz. Das hat einen wunderbar soften Griff und ist offenporig. Die Kissen hinten haben ein Ziehband. Sie können diese fixieren und damit haben Sie diesen legeren, launchigen Sitzkomfort. Die Armlehne ist ganz komisch, klassisch. Mit einem kleinen Kissen kann ich hier auch wunderbar drauf liegen. Ich habe hier genügend Platz für drei Personen. Klassisch zum Kombinieren, Haselnuss oder Cognac als Farbe. Auch sehr warm, passt gut zu Holz. Was gefällt mir hier nicht? Okay, ich habe keine Verstellungen, ich habe keine Rückenverstellung, ich habe keinen Fußsaal, nichts. Es ist einfach nur ein schönes Sofa. Und dieses Sofa wird in den Läden verkauft zwischen zweieinhalb und dreieinhalbtausend Euro. Und wir haben ein Schnäppchen bekommen, nämlich dieses hier. Für 1490 Euro plus Versandkosten. Einmalig genau dieses Stück. Profischnapp.de. Ihr Online-Outlet für Marken zur Fass sagt Danke. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie uns auf Instagram und schauen Sie mal vorbei hier in 72186 Empfingen. Danke und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von Profischnapp.de